Lauf Nummer 9, das gleich Schlag auf Schlag hier weiter ist kaum Zeit zu nub holen hier. Lauf Nummer 9, Kutschmiede-Johann Brummer im Geroltshausen Metalldesign-Schlosserei. Für Truppen sprechen Sie mit uns www.brunnerdesign.de, ja, Brummer 9 hier. Lauf Nummer 9, auf der Bahn, auf Redebahn, Kippen-Wälder, Michael Hörnfeld, Valentin Klobauer und Sandro Schneider. Fahr ich gerade auf der Außenbahn, für Sandro Schneider kommt der Ersatzfahrer, der ist selber. Fahr ich gerade auf der Straße, Kippen-Wälder, und schon etwas abgeschlagen, der ist selber. Aber im Gerolts, Michael Diggi-Jahrel, Mensch, hat mich gerade hier. Fahr ich gerade auf der Straße, auf der Bahn, auf alle die Bahn, auf einzuziehen, gehen wir auch in den Bahn, das ist immer das. Rund, der ist selber. 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 Wir bleiben hier schwer, das hier. Das Rilla von Ihnen war Ende Nummer 9, Wind Nummer 9, Aufdreffung, Aufseite.